Heiß, Heiß, Baby! Do, Next Level! Oh, im Vulkan sind wir! Hier wird's heiß! Und das nicht, wenn Moddy in der Nähe ist! Nein, dann wird's eher cool! Äh... Heiß, Heiß, Baby! Ja, ranzig! Oh Gott! Dann stinkt das ranzig! Was, dann? Die Lauf haben wir leicht gerüht, dann wird man gleich resettet! Das ist ja echt wie im echten Leben! Der Floor ist Lava! Moddy, Moddy, der Floor ist Lava! Der Floor ist Lava! Nicht das schon wieder! Der Boden ist Axel Voss! Gab's nicht mal die Challenge von wegen, der Boden ist Fortnite oder so? Ja! Moddy, der Boden ist Axel Voss! Oh nein! Schnell weg! Ich muss jetzt grad wie an den Podcast, äh, Brain Pain denken von, äh... Vom Heider und Klenger an! Ja, ja! Ich bin einbeinig! Oh Gott! Wo jetzt im letzten Teil hat so der Heider ja noch sein Leid geklagt darüber, dass sein Neffe jetzt Fortnite spielt! Äh, Hilfe! Ja! Sehr intensiv! Äh, Hilfe! Ich bin einbeinig! Ich kann nicht, äh... Oh nein! Ich bin einbeinig! Ein einbeiniger Bandit! Oh, ich mach mir nicht! Ich bin einbeinig! Ah, jetzt muss nur noch darüber kommen! Ist das immer noch dieses Wallhaller Dingens? Das ist auch vom selben Macher her! Das ist jetzt Teil 3! Ah, äh... Ich steh in der Lava und... Ich bin auf meiner Macht! Wir haben also zuerst Teil 2 gemacht, jetzt machen wir Teil 3 und als nächstes machen wir dann wahrscheinlich im nächsten Part Teil 4 und danach Teil 1. So, klingt logisch. Ha, Spelving! Na, da kann ich mich ja umbringen, gell? Ja, sehr gut. Und weiter geht's. Es wird nicht recht. Und es wird nicht leichter. Das muss man ja nicht hier machen. Hup, rüberkommen. Ich würde mal vorschlagen, rüberkommen. Ich zieh dich runter, Moddy. Ich zieh dich runter. Ja, das ist meine Lebensaufgabe, Moddy runterziehen. Dafür bin ich da. Und jetzt weg. Psychisch wie im Spiel. Psychisch wie hier im Spiel. Oh nein. Hauptsache, Moddy runterziehen. Hat, glaube ich, noch nicht so geklappt. Moddy, leidest du in irgendwelchen Depressionen oder irgendwelchen... Im Moment. Ich frag mich in 10 Minuten nochmal. Ja. Okay, dann muss ich meine Aufgabe noch ein bisschen besser erfüllen. Und dich weiter runterziehen. Ich zieh dich runter. Professioneller Unterzieher. Oh, ich hab's auf die andere Seite geschafft. Und wie? Ich hab... Bin geklettert. Oh nein. Ich hab immer eine Hand gelöst. Ich hab dich, glaube ich, in eine sehr missliche Lage gebracht. In eine sehr lustig aussehende missliche Lage. Ich sitze auf meinem Arm. Das sieht aus. Okay, das Klettern, das bringt bei mir nix. Ja, genau so. Ich kann's grad nicht sehen. Also ich kann's nicht wirklich. Ich bin auf der falschen Leite. Der Gesichtsausdruck passt sehr gut. Ich kann mal gucken, wann der nächste Safepoint kommt. Und zack. Oh, da ist einer. Ich kletterer. Wow. Und klettern. Und linke Taste und... Und rechte loslassen. Ähm, das wird nix. Ähm, das wird nix. Mist. Und weiter geht's durch den Vulkan. Oh, die Felsen sind schon am Rückeln. Das kann ja nicht gut enden. Oh, Modi hat, äh, Prof hat den nächsten Checkpoint. Ja, ich will das auf den Normal schaffen. Oh nein. Ich war schon ziemlich weit. So. Einfach drüber. Einfach rennen. Du musst einfach rüberhüpfen. Du musst einfach rüberhüpfen. Prof, du musst einfach... Ich glaube, man darf nicht springen. Du musst nur springen. Du kannst, du darfst, du darfst nichts anderes machen als springen. Einfach, einfach springen, 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 springen. Nicht aufhören zu springen. Einfach mit dem Tümer. Ja. Nicht aufhören zu springen. Hier hilft das nicht mehr. Und hüpf. Und... Und hüpf. Hüpf, Modi, hüpf. Man kann sich... Man kann sich nicht mal festhalten. Tja. Man muss halt in einem rüberhüpfen. Das ist die Aufgabe, glaube ich. Das ist einfach... Einfach wie so ein Känguru rüberhüpfen. Springt das... Jetzt will ich irgendwie gerne einen Känguru sehen, was so beknackt hüpft, wie die Human-Voll-Flat-Charaktere. Wie ein Wombat. Oder wie ein Krokodil. Man muss am Ende... Das muss ich nur mein Talent im Schwingen ausprobieren. Man muss am Ende nochmal stehen bleiben und dann nochmal hochhüpfen. Das ist nochmal. Ich hab's auf jeden Fall irgendwie... Das wird nix. Na, komm, Modi. Hol uns den nächsten Checkpoint. Checkpoint. Ich bin schon dabei. Es kann nur noch Stunden dauern. Du weißt, wie gut ich mit dem Schwingen bin. Kann sich nur noch um Stunden handeln, meinst du? Nein! Na dann. Ich komm mal zu dir rüber. Und zieh dich runter. Hey, Prof. Mann, du Miser. Niemals zieht mich runter. Ich bin dafür verantwortlich, andere runterzuziehen. Moddy. Ich zieh dich runter. Los, lass uns bitte. Ich zieh dich runter. Errungenschaft 3 geschaltet. Trampolin. Ach, das hab ich vorhin schon. Als ich geübt habe. Oh Gott. Ich hab's glaub ich möglicherweise. Ja. Und 1. Und... Spring tausendmal. 2. Und... 3. Ich mach dem Züge. Und... 4. Und... 5. Und... 6. Spürst du wie die Muskeln brennen? Und... 27. Und... 29. Und... 138. Und... 1.465. Na gut. 1.465... 5 Züge müssen reichen. Proff. 1.465. 5 Züge müssen reichen. Komm weiter. Das Zahlensystem kenne ich zwar noch nicht, aber okay. Klingt realistisch. Ich bin ziemlich weit oben. Immer so abgehoben. Äh, äh, Hilfe. Ich werde ertrunken. Oh nein. Oh Mann. In der Lava zu ertrinken ist, glaube ich, ein halbwegs flotter Tod. Aber wir sind gleich da. Da drüben ist schon das. Da drüben ist schon der Gäste des Rekan. Dann bist du aber auch nicht am ertrinken. Ja stimmt, dann erstickst du eher. Äh, Hilfe. Ähm. Shit. Äh, Hilfe. What's here mit? Oh Gott. Okay, man darf sich nicht hochziehen, ansonsten ist der Schwung zu groß. Putzwissen. Hiiii... Jupp. Ich halte mich an dir fest, Prof. Zieh mich hoch. Ja, mich auch. Das hilft nicht. Das wird nix. Oh, das geht. Ich glaube, das wird nix. Ich häng nur noch mein Kopf über die Kante. Meine Beine hängen in der Lava. Meine Beine hängen in der Lava. Ah, ha. Ich glaube, Prof, du hast die höhere Plattform. Du hast die höheren Plattform. Oh Mann, mein Hinz. Mein Hintern ist keine Plattform. Sicher? Sag wer. Ich und mein Hintern. Was? Wo? Ähm. Wo bin ich denn jetzt genandert? Achso. Wie fack ist dieser Level hier überhaupt? Oh, das geht ja noch weit nach da hinten. Äh, gut. Ja. Oh nein. Du kannst das Kabel rausziehen. Du bleibst da drin. Ja, komm. Na komm. Und. Also das Level ist auf jeden Fall sehr viel schwerer als der Vorgänger. Äh, bisschen. Nein. Nur ein bisschen. Ich würde sagen, es ist nur ein bisschen schwerer. Oh, ich bin ja auf der Plattform. Und hüpf. Ich bin auf der dritten Plattform. Nicht. Synchron gestorben. Ja. Das Synchrone sterben. Das wird Olympische Sportart. Das muss Olympische Sportart werden. Ja. Ganz gelassen. Oh nein. Ganz gelassen sterben. Ich bin jetzt auf Plattform 3. Von 100. Heute ist ja ein Human Fire Flat. Aktive Sterbehelf. Ja. Ich bin mal viel zu weit. Ich habe mittlerweile gar keinen Bock mehr drauf. Ich gebe mich einfach. Nein, ich bin auf Plattform 5. Oh nein. Hey, du tust jetzt im Moment. Geh damit. So ein Mist. Werden wir jemals... Auf was denkst du? Werden wir jemals drüben ankommen? Auf der anderen Seite? Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Oh. Also ich würde eher sagen... Nö. Es scheint irgendwie nicht so ganz so zu sein. Ich glaube, das schafft man nicht. Gar nicht. Ich glaube, wir werden irgendwann einfach... Aufgelegt. Wir werden einfach Rage drücken. Oh nein, ich bin abgeprallt. Ich bin mit meinem dicken Arsch abgeprallt. Äh, okay. WTF Spotify hat sich gerade geöffnet. Und hat auch Rainpane Spiele mit Code aufgehabt. Sehr gut. Das passt ja. Diese Folge, die H-Folge, sonst würdest du alle enttäuschen. Hättest du ja abspielen können. Dieses... Der macht ja mal diese Lieder über HWSQ. Den Kacke im Mondlicht. Das ist Kacke im Mondlicht. Kacke im Mondlicht. Das ist Kacke im Mondlicht. Aber es ist so schön... Es wird so schön... Äh... Ihr Titel wie... Der erste Akt. Teil 2. Haie, die Wichser. Dieser... Das Ding hat absolut nichts wirklich mit Haien zu tun. Wer ist Haien? Äh... Teil 3. Spiele mit Code. Teil 4. Vegane Möpse. Aha. Und jetzt Teil 5. Allmanns beim Anstehen. Bringen. Weiße Möpse oder... Oh nein. Oh nein. Oder... Wer weiß. Oder welchen Möpse. Der hat nämlich auch wieder absolut... Die Folge hat auch wieder absolut nichts mit Möpsen zu tun. Oder Möpse mit Muster. Doch, doch. Es ging um... Um Möpse-Motive auf T-Shirts. Ah, okay. Ja, aber nur so nebensächlich. Ja, so 5 Minuten oder so. Wenn überhaupt. Also ich mag es, wie das Thema hier... Abdriftet. Abdriftet. Ja, also anfangs... Also... Anfangs hatten wir... Wahrscheinlich im letzten Punkt. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier zusammenschneide. Wahrscheinlich im letzten Punkt. Ähm... Hatten wir das Thema, wie wir uns kennengelernt haben. Jetzt sind wir bei veganen Möpsen. Dann tun wir noch. Passt auch halbwegs zueinander. Äh, so weit sind wir noch nicht entfernt. Wobei ich glaube nicht, dass hier Veganer dabei sind, oder? Nicht, dass ich müsste. Pff, also... Ne. Wenn ich es mir recht überlege... Bisher habe ich noch keine Kuh mitbekommen, die sich als Pflanze definiert hat. Also, wenn ich es mir recht überlege und genau mal... Das sind nur einiges magst. Wenn ich hier älter über nachdenke, würde ich sagen. Das fällt bei Fleisch von Penny und Aldi schwer. Ich hänge in der Luft. Guck bitte mal nach oben. Oh, ähm... Ja? Wie zur Hölle habe ich das geschafft? Äh... Äh... Wo bist denn du? Ich weiß das nicht. Modi? Oh, ganz oben. Er hängt am Spawnpunkt fest. Ich seh dich. Ähm... Was? Ich weiß nicht, wie es wirklich ist. Hä? Ähm... Modi? Kannst du loslassen? Ja, kann ich. Äh... Ja, okay. Das Highlight dieser Folge... Hi! Hi! Mein Finger blutet schon. Der W-Tastenfinger. Darf ich... Bei mir sind es eher die... Mausfinger. Der muss Hornhaut haben. Ganz genau. Das ist bei mir momentan der Stinkefinger. Ich drücke die W-Taste gerade mit dem Stinke. Das ist wie jeder halt. Ja, die Grundhaltung hast du immerhin schon mal. Jetzt, 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 jetzt! Okay. Ähm... Oh nein! Kann man nicht irgendwie ein Checkpoint laden? Kann man nicht irgendwie... Können wir irgendwie nicht... Ich versuch's mal. Ähm, nee. Ich glaub, das klappt nicht. Kann man nicht irgendwie skippen? Oder irgendwie können wir das cheaten? Also... Ich will nicht mehr. Wir können uns irgendwie ein Boot bei uns schon... SVG... Ist leicht true. Nee. Können wir uns nicht einfach ein Boot... Ein Lava-beständiges Boot bauen und einfach da rüberschippern? Ich hab... Ich hab... Ich... Ich will hier nicht mehr... Also es gibt kein Noclip-Befehl. Ich habe es gerade ausprobiert. Schade. Also... Und dabei ist das noch nicht mal das Deathrun-Level, was ich vorbereitet hab. Oh. Äh... Okay. Sollen wir zurück in die Lobby? Äh, nee, nee. Ich bin hier grad gut dabei, tatsächlich. Na dann. Gucken wir mal, ob du's schaffst. Vermutlich nicht, aber... Ich bin hier ganz gut dabei. Ich laufe jetzt einfach den Level zurück. Ich mach mir einfach jetzt mal den Spaß. Ich... Ja, ja, okay. Ich bin tatsächlich schon relativ weit. Ich versuch den Level jetzt zurück, rückwärts zu laufen. So... Ja, ich geh jetzt hier einfach... Ich geh einfach wieder zurück. Ich geh wieder zum Start. So weit, so gut. Hm. Ich hab aufgegeben, dass ich vorankomme. Ich hab auf jeden Fall die Möglichkeit gefunden, wie man ganz gut durchkommt. Wenn man nicht mehr vorankommen kann, dann... ...geht man einfach zurück. Ja, okay, okay. Das wird besser. Wer nicht mehr vorankommt, tja. Also da bist du immerhin schon mal weiter als so manch andere Mitglied in dieser Menschheit. Dick. Das ist natürlich viel klüger. Ja, also... Okay. Dann... Was für ein Schöner Tag. Nein! Ja, ich hab die Möglichkeit gefunden. Arme ausstrecken, direkt an der Plattform festzuhalten. Dann schreckt man... Dann baut man... Ich halte mich an dir fest. Ja, so hab ich's auch gemacht. Und gehalten hat's nicht so viel. Na gut, wollen wir dann doch ein anderes nochmal versuchen? Oder... Also ich hab keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Na dann zurück zur Lobby. Verlassen. Ähm... Ich überspringe die Bewertung. Ich hab Downrate. Ähm, ja. Was hab ich eigentlich noch so für Level da? Ähm, ich würd mal sagen... Machen wir noch ein bisschen Lobby rumgehängen. Fünf Minuten lang. Dann... Ah jo. Hab leider gerade keine andere Lobby da. Wenn wir noch die Lobby machen hier... Teleportieren wir uns... Ja. Dann legen's wir noch... Dann... Ja... Ich kann nicht mehr reden. Da drüben. Wir testen nochmal das Katapult aus. Hier ist ein Schlüssel... Los, schieß. Modi, schieß. Hui. Lobby. Was ist das denn für ein Teil? Ich glaube ein Magnet. Ach, das war... Muss hier doch ne Stromkwelle sein. Ah, das hab ich ja noch gar nicht gesehen. Wo kommt man das hin? Lang da um die Ecke. Also hier gibt's auf jeden Fall Kabel, aber... Ah, die Kabel, die muss man da anschließen irgendwie. Ja, aber... Wo ist denn die Stromquelle dazu? Vielleicht der Fernseher. Hat der Fernseher anstritten? Ich such die Stromquelle. Ah, okay. Also ich hab hier ein Glas gefunden. Ich werf's runter. Hm. Hm. Tja. Das sind auf jeden Fall Buchstaben und ne Mülltonne. Die Buchstaben kannst du dir nicht krallen, leider. Oh. Ich glaub, dass die Lobby hier hat keinen Sinn. Also kannst du da anfesten rein, aber mehr auch nicht. Ich fürchte, die Lobby hat keinen Sinn. Es ist einfach nur so ein bisschen um die Funktion auszutesten, um mal so ein bisschen den Stecker da reinzustecken und so ein bisschen den Fernseher anzuzünden. So. Ach, wer will das nicht mal so spontan mit dem Fernseher anzuzünden? Ja. Spätestens wenn man RTL geguckt hat. Ich sitz dann derweil auf die Couch. Man hört sich relativ gern an. Hm. Mein Fernseher hat mittlerweile keinerlei Verbindung mehr zum Fernsehen. Na gut, ich hab keinen mehr, aber YouTube gibt's ja genug. Ich leg mich einfach vor die Couch. So mach ich das auch immer, wenn ich YouTube gucke. Ich leg mich vor meine Couch. So. Ich leg mich in meine Couch. Ein bisschen dem Fernseher beim Brennen zuschauen. So. Nein. Ganz entspannt hier. Ganz entspannt. Kommt zu mir rüber. Schaut ein bisschen brennend im Fernsehen. Schaut dem Fernseher beim Brennen zu. Moment. Öh. Legt euch zu mir. Oh nein. Moment. Öh. Ich wollte mich noch hinlegen. Was ein schöner Tag hier. Schuss. 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 Ich liege auf der Couch. Der Fernseher brennt. Ein schönes Bild. Ja. Schuss. Oh. Ich wollte mich noch hinlegen. Hey, da steht der Prof im Weg. He. He. Ich grinsen. Leg dich doch einfach dazu. Prof, leg dich dazu. Andere Richtung. Mein Kopf zum brennenden Fernseher. Ja. So? Ja. hübsch, das ist ein wunderschönes Abschlussbild ähm, dann würde ich mal sagen Ben, was die Aufnahme einfach an dieser Stelle das macht keinen Sinn mehr gib ein Däumchen Däumchen wäre ein Träumchen schaut bei den anderen vorbei auch wenn es bei mir nicht wirklich was zu sehen gibt, bisher ach ja, noch bestimmt irgendwann vielleicht, ja bis dann und ciao Outro Outro